Sie haben es vielleicht auf der Karte gesehen, der Hund hier jetzt hier auf dem Feld steht, zusammen mit der Coddy sind zwei Gründe der Fieze-Weltmeister im Hund, das ist gekehrt in Israel. Und ich finde, sie hat den großen Anteil dazu beigetragen, dass wir vor vier Wochen in Amerika Fieze-Weltmeister geworden sind, dass wir zwei Menschen in einem Hund, das können wir Ihnen hier und heute noch zeigen, weil da einfach beim Westen wiederfliehen. Und das ist das Schöne aus meiner Sicht, das ist das Schöne aus unserem Rittsichtwort, ich kaufe Ihnen irgendwo hundegerecht zu schreiben, wo Sie die kaufen, ist völlig egal, und dann kann ich in jeder Grünanlage, kann ich dieses Spiel praktizieren. Vielen Dank!